hey leute hallo und herzlich willkommen ja kann man haben das witzig ja willkommen zu minecraft pvp villager defense mit komikatron tim von drt extreme gelangen und ich habe das kit warlock und er tank oder ja was ist durch seite kann ich mich selber töten ja ich glaube ich würde es aber nicht machen ja ich probiere es einfach mal was zur hölle das sind die gegner wo denn niemand was erster kill welche gegner hey wo bist du ja keine ahnung lol wie hoch ich springe achte sind plattformen warte ich versuche mit ihr auf die gleiche plattform zu kommen ich bin vermutlich auf der untersten ne doch nicht darunter ist noch eine bedrock plattform und warte ich einfach in der mitte immer hoch muss man muss man die anderen typen töten nein nur die zombies da gibt es keine zombies die sparen irgendwann und wo in der mitte ich hab nichts abbekommen was bin ich jetzt denn ich such dich mal ach Aaron hey guck mal ja ach hey ja ok lass mich in ruhe du kacken Opa du bist schon alt genug du Sägel so wie du aussiehst jetzt habe ich tränke bekommen warte komm ja oh oh ich krieg krieg ich was ab kills 1 ah scheiße ich bin auszusehen gelaufen in die mitte ah jetzt bin ich wieder bei dir wie viele kills hast du ähm kills 4 oh 1 ich bin so ein moff wo spawnen denn die äh you have 10 seconds in 10 sekunden geht es weiter und es gibt den item shop da kannst du dir sachen kaufen und du hast games also ich kann mir jetzt leder boots nein hole ich mir nicht ich hab ne goldachs bekommen gut was will ich mir du musst dir im item shop da essen und so kaufen du rechts wird angezeigt wie viel games du hast das ist die anzahl von münzen und dann kannst du mit den münzen äh kaufen eisenachs schärfe 1 plus 5 angriffsschaden bogen steinachs ja aber die kosten halt fett viel wie viel kosten die 300 und du hast nur wie viel hast du 72 schutz soll ich mir schutz kaufen so ein bisschen ähm ich glaube wir sollten mal die ähm ebene wechseln irgendwo sterben die ganze zeit leute ok hab ihn wo bist du denn einfach immer in die mitte laufen und dann wird es weiter gespawnt so ne ne ah ah ich bin tot ähm oh gott ich kauf mir mal sachen ich hab 168 ey sind die teile nach der runde auch noch da oder so verschwinden die dann die games du kriegst die ganze zeit neue und die steigen einfach die ganze zeit und im item shop kannst du dann meine steinachs ist was schrott ist meine kacke meine steinachs ist schrott und wieder da also wenn du winden nicht sterben willst ich sterb grad nicht ich hab speed äh wo bist du denn überhaupt und ich kann ganz hoch springen guck mal ich geh mal zu dir auf die ebene wenn ich dich finde wo bist du denn keine ahnung ich jump hier rum ich such mal hier durch bisschen da bist du auch nicht oh ah hier hier bist du nicht what the fuck what ich bin hier was war das da kam eine spinne mit dem skelett drauf und hinkriegt und er ist explodiert bist du auch gestorben ja ähm wie komm ich hier wieder raus du wirst gleich wieder gespawnt nein ich bin hier ja du wirst nächste runde wieder gespawnt ah ähm warte ich könnte mir mal gescheite sachen kaufen ähm und wie lang dauert die runde meinst du nicht äh wenn er bis alle zombies getötet sind und dann geht's wieder los also dann wirst du wieder gespawnt ich hab jetzt 278 was kann ich mir denn dafür kaufen ich kann mir dafür eine eisenachsschärfe 1 plus 5 angriffschaden kaufen wie viel hast du äh 278 ich hab neun ich würde irgendwas erstmal auf rüstung gehen eisen dorn 2 eisenbeinschutz ähm nehm brustpanzer wär gut hier gibt's bei mir nur goldbrustpanzern die will ich nicht bei mir gibt's noch leder oder gehen die nicht kaputt wow gold chestplate die gehen irgendwann kaputt ja aber die kostet 600 ja bei mir äh ja auch komm dann hole ich mir so eine schuhe protection 3 alter soll ich holen ja komm ich hab nur noch 70 ich hab mir jetzt so scheiße lederharnisch gekauft ja komm jetzt aber der ist in meinem inventar der geht nicht weg also ich hab ihn angezogen und ich hab ihn immer noch im inventar in der hand ach ja wenn die alle dorfbewohner tot sind äh hat man dann verloren oder wie läuft das dann äh hier ist ein zombie mit einem leben ey komm tötet den doch einfach hey wo sind denn die ganzen typen hin überhaupt ja die sind alle auch tot da springt noch einer rum ich seh hier aber gar keinen zombie da in einer plattform ist alles voll mit zombies und ich seh hier einen typen der noch rum springt und der springt in der plattform rum wo keine zombies sind ja hallo achte das ist es wird er denn es wenn sie darauf ja fassen ja hier sind alle plattform voll mit zombies außer die eine wo dieser Heinze rum springt kann sich doch mal b wo ist ein Typ 10 hey die kann man rausschieben oder kann man die aus der Map schieben wen die Dorfbewohner ja die zombies ja der soll halt ach Gott Spast Spast Binge up Scotty ich schieb einen Dorfbewohner aus der Map echt getötet du sollst kein Dorfbewohner ich hab ihn oh wegen dem Spast den wir jetzt gestorben und haben verloren ey sein Spast gut ich würd sagen wir machen ein zweites Match oder ja aber eine gescheite Map die war hässlich ok welche Map gehen wir äh Crysis 10 von 12 Nein Frozen Map Frozen ok Frozen so ich beende mal hier die Aufnahme ganz kurz gell ich auch Nächste Runde in 20 Sekunden geht's weiter ich pack hier voll am Spawn rum ich flieg die ganze Zeit wieder runter wieder hoch wieder runter wuh 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 ich bin nur dein Kopfphilo hier so Headbang so ne Dubstep muss ich so warte ach ja du stehst in jemand anderem drin gell ha du stehst in jemand anderem drin ja huch hey warum hab ich Holzschwerte ich hab doch das andere Kit ausgewählt ja das ach warte du kannst das nein das ist Suizid warte ich zweimal Suizid zweimal ein ja ich hab zweimal Suizid ja ich hab zweimal Suizid ich hab Pyro alles was ich angreif brennt wie geil bei mir läuft he 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 hey ich hab Phoenix Kit ausgewählt also Phoenix aber das funktioniert irgendwie nicht nein das kommt erst nächste Runde kriegst du was wenn bei dem Kit ah und meine Gems wurden zurückgesetzt ja das ist ja irgendwie klar ne das war doch bei diesem komischen wo du mit der Sense rum ballerst auch nicht so ja aber das waren Punkte das war Quakecraft keine Ahnung was das war sehe ich aus wie Jesus gibt's hier denn irgendwas was gespeichert wird oder nicht ja ich glaub du kriegst oh god meine Maus leckt Zombie Zombie Boah Baby Zombie wo ist denn das Viech irgendein Spast hat mich getötet ach ich bin wieder da hey warum bist du wieder respawned ja man respawned jede Runde jede Runde jede Wave kommen neue Gegner und du respawnst wenn du gestorben bist da oben sind ganz viele junge beeil dich Kumpel und was bringt dir ein Suizid äh keine Ahnung ich hab 69 Gems ich hab 92 ja welcher Rente ich bin Rank 3 ja ich bin 4 hey ich seh niemanden ach da einfach mal überall reinschlagen in die Waldenren hinter dir Aaron ha hey ich hab keinen einzigen Gems Gems bekommen ich hab jetzt 119 hast du mir grad den Kill geklaut nein du hast sie bekommen oder nein ja jetzt hab ich welche bekommen weil wir nächste Runde sind ich kauf mir mal was ich bin nur noch Rank 2 wie geht äh ich war grad 1 ha wuh das ist was sehr starkiges war unter mir hä oh Gott renn halt mich in Ruhe du Kollege frechstackst du ich bin schon wieder ich bin schon wieder gestorben ich bin auch gestorben der hat mich mit einem Schlag fertig gemacht ich brauch mal ne gescheite Waffe es gibt diesmal ein Diamantschwert zu kaufen warum gab's das grad nicht das wird immer random gemacht ah für 150 ein Steinschwert huah ich bin Rank 6 ich bin Rank 2 obwohl ich tot bin ah da bin ich ja wieder ja aber obwohl ich scheiß Phönix Kid ausgewählt hab bin ich nur scheiße Holzschwert du ja Phönix was macht Phönix ja keine Ahnung aber bestimmt nicht das gleiche wie Tank nein Tank hast du im Brustpanzer gehabt nein ey ah die wollen mich töten das ist normal an Zombies weil es mit Zombies als normal erachtet lass mich doch in Ruhe kein Kollegen ja mein Punkt du bist nur so ein Baby-Zombie die regen auf das will ich töten hä? stirbt nicht das töte uns alle noch oh Rank 1 Rank 1 du Rank 2 ich kauf mir mal gescheite Sachen ich kann mir keine gescheiten Sachen kaufen Diamant äh Eisenschwert hab ich jetzt Eisenschwert zwei Hunde nee das hole ich mir nicht Baby-Kollege komm her du was ich bin tot das kann doch nicht sein solche Cheater ey wer hat mich da getötet ich bin auch tot ich sterb die ganze Zeit was machen die da oben auf dem Hausdach ey was machen die da oben auf dem Hausdach ey ich hab mir ein Eierenschwert geholt ja hatte ich ja auch aber jetzt bin ich tot jetzt bringt's mir nichts mehr so hm ich kann während ich nicht im Spiel bin Slash Stats eingeben da kommt anscheinend eine Statistik please supply a username ja muss dahinter schreiben aber das geht nicht im Spiel okay oh fuck Alter wie schlecht ist denn der Typ ich hätte die alle getötet ja genau jetzt erstmal den Killclawen und was machen die da oben schon wieder auf dem Dach ey meine Güte aber ich glaub ich geh da gleich hin und tue irgendwas hochjagen wenn das gibt so jetzt erstmal geschrieben rafft euch doch ihr Noob natürlich Noobs falsch geschrieben weil das S fehlt hmhm ähm wieviel enemies noch einen Gegner gibt's jetzt bin ich doch rank 2 alter wo soll's dir noch einen Gegner geben ja ich schau grad hm ich seh ihn ja ich schau grad